So weiter geht's. In der letzten Folge hatten wir OpenQuamGo anscheinend eine Revolution. Ich nehme an, dass der Druck doch recht groß ist von Europa. Den lassen wir gestehen. Hier bauen wir ein Äquaduct. Hier. Hier. Wir haben das selbe Problem mit der Stadt. Steht ganz schön Druck aus zu üben. Ich denke, du wohnst. Mal schauen, wann Kabel er treibt. Rebelliert. Jetzt haben wir was. Nein. Wir gehen hier mal an Land. Oh, alles gut. Den Gesandten da rein. England? Okay. Du verbindest dich mit dem. Und rammelst hier schnell hin. Das wäre ich nicht, dass mir egal. So geht's. Wir produzieren auch hier erstmal einen Ritter. Oh. Ah, da ist zum Beispiel schon mal was. Offene Grenzen. Hahahaha. Hahahaha. Hmm. Hm. Good job. Okay. Good job. Das war's. 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 Das war's.